Vorleser.net. Leidenschaftlich-literarisch. Die Hundeblume Die Tür ging hinter mir zu. Es hat man wohl öfter, dass eine Tür hinter einem zugemacht wird. Auch dass sie abgeschlossen wird, kann man sich vorstellen. Haustüren zum Beispiel werden abgeschlossen und man ist dann entweder drinnen oder draußen. Auch Haustüren haben etwas so Endgültiges, Abschließendes, Auslieferndes. Und nun ist die Tür hinter mir zugeschoben. Ja, geschoben, denn es ist eine unwahrscheinlich dicke Tür, die man nicht zuschlagen kann. Eine hässliche Tür mit der Nummer 432. Das ist das Besondere an dieser Tür, dass sie eine Nummer hat und mit Eisenblech beschlagen ist. Das macht sie so stolz und unnahbar, denn sie lässt sich auf nichts ein und die inbrünstigen Gebete rühren sie nicht. Und nun hat man mich mit dem Wesen alleingelassen. Nein, nicht nur alleingelassen, zusammen eingesperrt hat man mich mit diesem Wesen, vor dem ich am meisten Angst habe. Vor mir selbst. Weißt du, wie das ist, wenn du dir selbst überlassen wirst? Wenn du mit dir alleingelassen bist? Dir selbst ausgeliefert bist? Ich kann nicht sagen, dass es unbedingt furchtbar ist, aber es ist eines der tollsten Abenteuer, die wir auf dieser Welt haben können. Sich selbst zu begegnen. So begegnen wir hier in der Zelle 432. Nackt, hilflos, konzentriert auf nichts als auf sich selbst, ohne Attribut und Ablenkung und ohne die Möglichkeit einer Tat. Und das ist das Entwürdigendste, ganz ohne die Möglichkeit zu einer Tat zu sein. Keine Flasche zum Trinken oder zum Zerschmettern zu haben, kein Handtuch zum Aufhängen, kein Messer zum Ausbrechen oder zum Adern durchschneiden, keine Feder zum Schreiben, nichts zu haben als sich selbst. Das ist verdammt wenig in einem leeren Raum mit vier nackten Wänden. Das ist weniger, als die Spinne hat, die sich ein Gerüst aus dem Hintern drängt und ihr Leben daran riskieren kann, zwischen Absturz und Auffang wagen kann. Welcher Faden fängt uns auf, wenn wir abstürzen? Unsere eigene Kraft? Fängt ein Gott uns auf? Gott, was ist das? Ist das die Kraft, die einen Baum wachsen und einen Vogel fliegen lässt? Ist Gott das Leben? Dann fängt er uns wohl manchmal auf, wenn wir wollen. Als die Sonne ihre Finger von dem Fenstergitter nahm und die Nacht aus den Ecken kroch, trat etwas aus dem Dunkel auf mich zu. Und ich dachte, es wäre Gott. Hatte jemand die Tür geöffnet? War ich nicht mehr allein? Ich fühlte, es ist etwas da. Und das atmet und wächst. Die Zelle wurde zu eng. Ich fühlte, dass die Mauern weichen mussten vor diesen, das da war und das ich Gott nannte. Du, Nummer 432, Menschlein, lass dich nicht besoffen machen von der Nacht. Deine Angst ist mit dir in der Zelle. Sonst nichts. Die Angst und die Nacht. Aber die Angst ist ein Ungeheuer und die Nacht kann furchtbar werden wie ein Gespenst, wenn wir mit ihr allein sind. Da trudelte der Mond über die Dächer und leuchtete die Wände ab. Affe, die Wände sind so eng wie je und deine Zelle ist leer wie eine Apfelsinschale. Gott, den sie den Guten nennen, ist nicht da. Und was da war, das was sprach, war in dir. Vielleicht war es ein Gott aus dir. Du warst es. Denn du bist auch Gott. Alle, auch die Spinne und die Makrele sind Gott. Gott ist das Leben. Das ist alles. Das ist so viel, dass er nicht mehr sein kann. Denn sonst ist nichts. Aber dieses Nichts überwältigt uns oft. Die Zellentür war so zu wie eine Nuss, als ob sie nie offen war und von der man wusste, dass sie allein nicht aufging. Dass sie aufgebrochen werden musste. So zu war die Tür. Und ich stürzte mit mir allein gelassen ins Bodenlose. Aber da schrie mich die Spinne an wie ein Feldwebel. Schwächling! Der Wind hatte ihre Netze zerrissen und sie rülpste mit Ameiseneifer ein neues und fing mich, den 123 Pfündigen, in ihren hauchfeinen Seilen. Ich bedankte mich bei ihr, aber davon nahm sie überhaupt keine Notiz. So gewöhnte ich mich langsam an mich. Man mutet sich so leichtfertig anderen Menschen zu und dabei kann man sich kaum selbst ertragen. Ich fand mich allmählich ganz unterhaltsam und vergnüglich. Ich machte Tag und Nacht die merkwürdigsten Entdeckungen an mir und fühlte mich als eine rechte Wundertüte. Aber ich verlor in der langen Zeit den Zusammenhang mit allem, mit dem Leben, mit der tätigen Welt. Die Tage tropften schnell und regelmäßig von mir ab. Ich fühlte, wie ich langsam leer lief von der wirklichen Welt und voll wurde von mir selbst. Ich fühlte, dass ich immer weiter wegging von dieser Welt, die ich eben erst betreten hatte. Die Wände waren so kalt und tot, dass ich krank wurde vor Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Man schreit wohl ein paar Tage seine Not raus, aber wenn nichts antwortet, ermüdet man bald. Man schlägt wohl ein paar Stunden an Wand und Tür, aber wenn sie sich nicht auftun, sind die Fäuste bald wund und der kleine Schmerz ist dann die einzige Lust in dieser Öde. Es gibt doch wohl nichts Endgültiges auf dieser Welt. Denn die eingebildete Tür hatte sich aufgetan und viele andere dazu und jede schubste einen scheuen, schlecht rasierten Mann hinaus in eine lange Reihe und in einen Hof mit grünem Gras in der Mitte und grauen Mauern ringsum. Da explodierte ein Bellen um uns und auf uns zu. Ein heiseres Bellen von blauen Hunden mit Lederriemen um den Bauch. Die hielten uns in Bewegung und waren selbst dauernd in Bewegung und bellten uns voll Angst. Aber wenn man genug Angst in sich hatte und ruhiger wurde, erkannte man, dass es Menschen waren in blauen, blassen Uniformen. Man lief im Kreise. Und wenn das Auge das erste erschütternde Wiedersehen mit dem Himmel überwunden und sich wieder an die Sonne gewöhnt hatte, konnte man blinzend erkennen, dass viele so zusammenhanglos trotteten und tief atmeten wie man selbst. Siebzig, achtzig Mann vielleicht. Und immer im Kreis. Im Rhythmus ihrer Holzpantoffeln, unbeholfen eingeschüchtert und doch für eine halbe Stunde froher als sonst. Wenn die blauen Uniformen mit dem Bellen im Gesicht nicht gewesen wären, hätte man bis in die Ewigkeit so trotten können. Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Ganz genießende Gegenwart. Atmen, sehen, gehen. So war es zuerst. Fast ein Fest, ein kleines Glück. Aber auf die Dauer, wenn man monatelang kampflos genießt, beginnt man abzuschweifen. Das kleine Glück genügt nicht mehr. Man hat es satt. Und die trüben Tropfen dieser Welt, der wir ausgeliefert sind, fallen in unser Glas. Und dann kommt der Tag, wo der Rundgang im Kreis eine Qual wird, wo man sich unter dem hohen Himmel verhöhnt fühlt und wo man Vordermann und Hintermann nicht mehr als Brüder und Mitleidende empfindet, sondern als wandelnde Leichen, die nur dazu da sind, uns anzuekeln. Und zwischen die man eingelattet ist als Latte ohne eigenes Gesicht in einem endlosen Lattenzaun. Ach, und sie verursachen einem eher Übelkeit als sonst was. Das kommt dann, wenn man monatelang kreist zwischen den grauen Mauern und von den blassen blauen Uniformen mürbe gebellt ist. Der Mann, der vor mir ging, war schon lange tot. Oder er war aus einem Panoptikum entsprungen, von einem komischen Dämon getrieben, zu tun, als sei er ein normaler Mensch. Und dabei war er bestimmt längst tot. Ja. Nämlich seine Glatze, die von einem zerfransten Kranz schmutzig-grauer Haarbüschel umwildert ist, hat nicht diesen fettigen Glanz von lebendigen Glatzen, in denen sich Sonne und Regen noch trübe spiegeln können. Nein, diese Glatze ist glanzlos, duff und matt wie aus Stoff. Wenn sich dieses Ganze da vor mir, das ich gar nicht Mensch nennen mag, dieser nachgemachte Mensch nicht bewegen würde, könnte man diese Glatze für eine leblose Perücke halten. Und nicht mal die Perücke eines Gelehrten oder eines großen Säufers, nein, höchstens die eines Papierkrämers oder Zirkusclowns. Aber zäh ist sie, diese Perücke. Sie kann schon aus Bosheit allein nicht abtreten, weil sie ahnt, dass ich, ihr Hintermann, sie hasse. Ja, ich hasse sie. Warum muss die Perücke, ich will nun mal den ganzen Mann so nennen, das ist einfacher. Warum muss sie vor mir hergehen und leben, während junge Spatzen, die noch nichts vom Fliegen gewusst haben, sich aus der Dachrinne zu Tode stürzen? Und ich hasse die Perücke, weil sie feige ist. Und wie feige. Und sie fühlt meinen Hass, während sie blöde vor mir hertrottet, immer im Kreis, im ganz kleinen Kreis zwischen grauen Mauern, die auch kein Herz für uns haben. Denn sonst würden sie eines Nachts heimlich fortwandern und sich um den Palast stellen, in dem unsere Minister wohnen. Ich denke schon eine ganze Zeit darüber nach, warum man die Perücke ins Gefängnis gesperrt hat. Was für eine Tat kann sie begangen haben? Sie, die zu feige ist, sich nach mir umzudrehen, während ich sie andauernd quäle. Denn ich quäle sie. Ich trete ihr fortwährend auf die Hacken, mit Absicht natürlich, und mache mit meinem Mund ein übles Geräusch, als spucke ich viertelfundweise Lungenhaschee gegen ihren Rücken. Sie zuckt jedes Mal verwundet zusammen. Trotzdem wagt sie es nicht, sich ganz nach ihrem Queller umzusehen. Nein, sie ist zu feige dazu. Sie dreht sich nur ein paar Grad mit steifem Genick in meine Richtung nach hinten, aber die halbe Drehung bis zum Treffen unserer Augenpaare zu machen, wagt sie nicht. Was mag sie denn ausgefressen haben? Vielleicht hat sie unterschlagen oder gestohlen? Oder hat sie in einem Sexualanfall öffentliches Ärgernis erregt? Ja, das vielleicht. Einmal war sie berauscht von einem buckligen Eros aus ihrer Feigheit rausgehüpft in eine blöde Geilheit. Na, und nun trottete sie vor mir her, still vergnügt und erschrocken, einmal etwas gewagt zu haben. Aber ich glaube, jetzt zittert sie insgeheim, weil sie weiß, dass ich hinter ihr gehe. Ich, ihr Mörder. Oh, es würde mir leicht sein, sie zu morden, und das könnte ganz unauffällig geschehen. Ich hätte ihr nur das Bein zu stellen brauchen, dann wäre sie mit ihren viel zu starkigen Stelzen von über gestolpert und hätte sich dabei bestimmt ein Loch in den Kopf gestoßen. Und dann wäre ihr die Luft mit einem phlegmatischen Pfff entwichen wie einem Fahrradschlauch. Sicher wäre, ihr Kopf, diese dufte Perücke, wäre in der Mitte auseinandergeplatzt wie weißlich-gelbes Wachs, und die wenigen tropfenrote Tinte daraus hätten lächerlich verlogen gewirkt, wie Himbeersaft auf der blauseidenen Bluse eines erdeuchten Komödianten. So hasste ich die Perücke, einen Kerl, dessen Visage ich nie gesehen hatte, dessen Stimme ich nie gehört hatte, von dem ich einen muffig-mottenpulvrigen Geruch kannte. Sicher hatte er, die Perücke, eine milde, müde Stimme ohne jede Leidenschaft, so kraftlos wie seine milchigen Finger. Sicher hatte er die vorstehenden Augen eines Kalbes und eine dicke, hängende Unterlippe, die dauernd Pralinen essen möchte. Es war die Maske eines Lebemannes, ohne Größe und mit dem Mut eines Papierhändlers, dessen Hebammenhände oftmals den ganzen Tag nichts getan hatten, als siebzehn Pfennige für ein Schreibheft vom Ladentisch zu streichen. Nein, kein Wort mehr über die Perücke. Ich hasse sie wirklich so sehr, dass ich mich leicht in einen Wutausbruch hineinsteigern könnte, bei dem ich mich zu sehr entblößen würde. Genug. Schluss. Ich will nie wieder von ihr reden. Nie. Aber wenn einer, den du gerne ganz verschweigen möchtest, ständig mit eingeknickten Knien in der Melodie eines Melodramas vor dir hergeht, dann wirst du ihn nicht los. Wie ein Juckreiz im Rücken, wo du mit den Händen nicht ankommst, reizt er dich immer wieder, an ihn zu denken, ihn zu empfinden, ihn zu hassen. Ich glaube, ich muss die Perücke doch ermorden. Aber ich habe Angst, der Tote würde mir einen gräulichen Streich spielen. Er würde sich plötzlich mit ordinärem Lachen daran erinnern, dass er früher ja Zirkusclown war und sich aus seinem Blut hochwälzen. Vielleicht etwas verlegen, als hätte er das Blut nicht halten können wie andere Leute das Wasser. Kopfüber würde er durch die Gefängnishofmanege hampeln, hielt er womöglich die Wärter für bockende Esel, die er bis zum Wahnsinn reizen würde, um dann, mit gemachter Angst, auf die Mauer zu springen. Von dort aus würde er dann seine Zunge wie einen Scheuerlappen gegen uns lüpfen und auf immer verschwinden. Es ist nicht auszudenken, was alles geschehen würde, wenn sich plötzlich jeder auf das besinnen würde, was er eigentlich ist. Denke nicht, dass mein Hass auf meinen Vordermann, auf die Perücke, hohl und grundlos ist. Oh, man kann in Situationen kommen, wo man so von Hass überläuft und über die eigenen Grenzen hinweggeschwemmt wird, dass man nachher kaum zu sich selbst zurückfindet. So hat einen der Hass verwüstet. Ich weiß, es ist schwer, mir zuzuhören und mit mir zu fühlen. Du sollst auch nicht zuhören, als wenn einer dir etwas von Gottfried Keller oder Dickens vorliest. Du sollst mit mir gehen, mitgehen in dem kleinen Kreis zwischen den unerbittlichen Mauern. Nein, nicht in Gedanken neben mir, nein, körperlich hinter mir, als mein Hintermann. Und dann wirst du sehen, wie schnell du mich hassen lernst. Denn wenn du mit uns, ich sage jetzt uns, weil wir dieses eine alle gemeinsam haben, in unserem lendenlahmen Kreise wangst, dann bist du so leer von Liebe, dass der Hass wie Sekt in dir aufschäumt. Du lässt ihn auch schäumen, nur um diese entsetzliche Leere nicht mehr zu fühlen. Und glaube nur nicht, dass du mit leerem Magen und leerem Herzen zu besonderen Taten der Nächstenliebe aufgelegt sein wirst. So wirst du also als ein von allem guten Gelehrter hinter mir herdammeln und monatelang nur auf mich angewiesen sein, auf meinen schmalen Rücken, den viel zu weichen Nacken und die leere Hose, in die der Anatomie nach einem Hintern gehört. Am meisten wirst du aber auf meine Beine sehen müssen. Alle Hintermänner sehen auf die Beine ihres Vordermannes und der Rhythmus seines Schrittes wird ihnen aufgezwungen und übernommen, auch wenn er ihnen fremd und unbequem ist. Ja, und da wird der Hass dich anfallen wie ein eifersüchtiges Weib, wenn du merkst, dass ich keinen Gang habe. Nein, ich habe keinen Gang. Es gibt tatsächlich Menschen, die keinen Gang haben. Sie haben mehrere Stilarten, die sich nicht miteinander vereinen können zu einer Melodie. Ich bin so einer. Und du wirst mich deswegen hassen. Ebenso sinnlos und begründet, wie ich die Perücke hassen muss, weil ich ihr Hintermann bin. Wenn du dich gerade auf meinen etwas unsicheren, verspielten Schritt eingestellt hast, stellst du stockend fest, dass ich plötzlich ganz reell und energisch auftrete. Und kaum hast du diesen neuen Typ meines Gens registriert, da fange ich einige Schritte weiter an, zerfahren und mutlos zu bummeln. Nein, du wirst keine Freude und Freundschaft über mich empfinden können. Du musst mich hassen. Alle Hintermänner hassen ihre Vordermänner. Ja, vielleicht würde alles anders werden, wenn sich die Vordermänner mal nach ihren Hintermännern umsehen würden, um sich mit ihnen zu verständigen. So ist aber jeder Hintermann. Er sieht nur seinen Vordermann und hasst ihn. Aber seinen Hintermann verleugnet er. Da fühlt er sich Vordermann. So ist das in unserem Kreis hinter den grauen Mauern. So ist es aber wohl anderswo auch. Überall vielleicht. Ich hätte die Perücke doch umbringen sollen. Einmal heizte sie mir so ein, dass mein Blut an zu kochen fing. Das war, als ich die Entdeckung machte. Keine große Sache. Nur eine ganz kleine Entdeckung. Habe ich schon gesagt, dass wir jeden Morgen eine halbe Stunde lang einen kleinen, schmutzig-grünen Fleck Rasen umkreisten? Ja, in der Mitte der Manege von diesem seltsamen Zirkus war eine blasse Versammlung von Grashalmen. Blass und der einzelne Halm ohne Gesicht. Wie wir in diesem unerträglichen Lattenzaun. Auf der Suche nach Lebendigem, Buntem lief mein Auge ohne große Hoffnung eigentlich und zufällig über die paar Helmchen hin, die sich, als sie sich angesehen fühlten, unwillkürlich zusammennahmen und mir zunickten. Und da entdeckte ich unter ihnen einen unscheinbaren gelben Punkt. Eine Miniatur Geisha auf einer großen Wiese. Ich war so erschrocken über meine Entdeckung, dass ich glaubte, alle müssten es gesehen haben, wie meine Augen wie festgebackt auf das gelbe Etwas starten und ich sah schnell und sehr interessiert auf die Pantoffeln meines Vordermannes. Aber so wie du einem, mit dem du sprichst, immer auf den Fleck, den er an der Nase hat, stieren musst und ihn ganz unruhig machst, so sehnten meine Augen sich nach dem gelben Punkt. Als ich jetzt dichte an ihm vorbeikam, tat ich so unbefangen wie möglich. Ich erkannte eine Blume, eine gelbe Blume. Es war ein Löwenzahn, eine kleine, gelbe Hundeblume. Sie stand ungefähr einen halben Meter links von unserem Weg, von dem Kreis, auf dem wir jeden Morgen eine Huldigung an die frische Luft darbrachten. Ich stand förmlich Angst aus und bildete mir einen, einer der blauen, vollgeschomene Stilaugen der Richtung meines Blickes. Aber so sehr unsere Wachthunde gewohnt waren, auf jede individuelle Regung des Lattenzaunes mit wütendem Bällen zu reagieren, niemand hatte an meiner Entdeckung teilgenommen. Die kleine Hundeblume war noch ganz mein Eigentum. Aber richtig freuen konnte ich mich nur wenige Tage an ihr. Sie sollte mir ganz gehören. Immer wenn unser Rundgang zu Ende ging, musste ich mich gewaltsam von ihr losreißen. Und ich hätte meine tägliche Brotration und das will was sagen, dafür gegeben, sie zu besitzen. Die Sehnsucht, etwas Lebendiges in der Zelle zu haben, wurde so mächtig in mir, dass die Blume, die schüchterne, kleine Hundeblume, für mich bald den Wert eines Menschen, einer heimlichen Geliebten, bekam. Ich konnte nicht mehr ohne sie leben. da oben zwischen den toten Wänden. Und dann kam die Sache mit der Perücke. Ich fing es sehr schlau an. Jedes Mal, wenn ich an meiner Blume vorbeikam, trat ich so unauffällig wie möglich einen Fuß breit vom Wege auf den Grasfleck. Wir haben alle einen tüchtigen Teil Herdentrieb in uns und darauf spekulierte ich. Ich hatte mich nicht getäuscht. Mein Hintermann, sein Hintermann, dessen Hintermann und so weiter, alle latschten stur und folgsam in meiner Spur. So gelang es mir in vier Tagen unseren Weg so nah an meine Hundeblume ranzubringen, dass ich sie mit der Hand hätte erreichen können, wenn ich mich gebückt hätte. Zwar starben einige zwanzig der blassen Grashalme durch mein Unternehmen einen staubigen Tod unter unseren Holzpantinen, aber wer denkt an ein paar zertretene Grashalme, wenn er eine Blume pflücken will. Nun näherte ich mich der Erfüllung meines Wunsches. Zur Probe ließ ich einige Male meinen linken Strumpf runterrutschen, bückte mich ärgerlich und harmlos und zog ihn wieder hoch. Niemand fand etwas dabei. Also, morgen denn. Ihr müsst mich nicht auslachen, wenn ich sage, dass ich am nächsten Tag mit Herzklopfen den Hof betrat und feuchte, erregte Hände hatte. Es war auch zu unwahrscheinlich, die Aussicht nach monatelanger Einsamkeit und Liebelosigkeit unerwartet eine Geliebte in der Zelle zu haben. Wir hatten unsere tägliche Rationrunden mit monotonem Pantoffelgeklöppel fast beendet, bei der vorletzten Runde sollte es geschehen. Da trat die Perücke in Aktion, und zwar auf die abgefeimteste und niederträchtigste Weise. Wir waren eben in die vorletzte Runde eingebogen, die Blauen rasselten wichtig mit den Riesenschlüsselbunden und ich näherte mich dem Tatort, von wo meine Blume mir ängstlich entgegensah. Vielleicht war ich nie so erregt wie in diesen Sekunden. Noch zwanzig Schritte. Noch fünfzehn Schritte. Noch zehn. Fünf. Da geschah das Ungeheure. Die Perücke warf plötzlich, als begänne sie eine Tarantella, die dünnen Arme in die Luft, hob das rechte Bein graziös bis an den Nabel und machte auf dem linken Fuß eine Drehung nach hinten. Nie werde ich begreifen, wo sie den Mut hernahm. Sie blitzte mich triumphierend an, als wüsste sie alles, verdrehte die Kalbsaugen, bis das Weiße zu schillern anfing und klappte dann wie eine Marionette zusammen. Oh, nun war es gewiss. Er musste früher Zirkusclown gewesen sein, denn alles brüllte vor Lachen. Aber da bellten die blauen Uniformen los und das Lachen war weggewischt, als ob es nie gewesen war. Und einer trat gegen den Liegenden und sagte so selbstverständlich, wie man sagt, es regnet, so sagte er, er ist tot. Ich muss noch etwas gestehen, aus Ehrlichkeit gegen mich selbst. In dem Augenblick, als ich mit dem Mann, den ich Perücke nannte, Auge in Auge war und fühlte, dass er unterlag, nicht mir, nein, dem Leben unterlag, in dieser Sekunde verlief mein Hass wie eine Welle am Strand und es blieb nichts als ein Gefühl der Leere. Eine Latte war aus dem Zaun gebrochen. Der Tod war haarscharf an mir vorbeigepfiffen. Da bemüht man sich schnell gut zu sein und ich gönnte der Perücke noch nachträglich den vermeintlichen Sieg über mich. Am nächsten Morgen hatte ich einen anderen Vordermann, der mich die Perücke sofort vergessen machte. Er sah verlogen aus wie ein Theologe, aber ich glaube, er war eigens aus der Hölle beurlaubt, mir das Pflücken meiner Blume völlig unmöglich zu machen. Er hatte eine impertinente Art aufzufallen. Alles feixte über ihn. Sogar die blassblauen Hunde konnten ein menschliches Grinsen nicht unterdrücken, was sich ungeheuer merkwürdig ausmachte. Jeder Zoll ein Staatsbeamter, aber die primitive Würde der stumpfen Berufssoldatengesichter war zu einer Grimasse verzerrt. Sie wollten nicht lachen, bei Gott, nein, aber sie mussten. Kennst du das Gefühl, das Gönnerhafte, wenn du mit jemandem böse bist und ihr seid beide Masken der Unversöhnlichkeit und nun geschieht irgendetwas Komisches, das euch beide zum Lachen zwingt? Ihr wollt nicht lachen, bei Gott, nein. Dann zieht sich das Gesicht aber doch in die Breite und nimmt jenen bekannten Ausdruck an, den man am treffendsten mit saures Grinsen benennen könnte. So erging es nun in blauen und das war die einzige menschliche Regung, die wir überhaupt an ihn bemerkten. Ja, dieser Theologe, das war eine Motte. Er war gerissen genug, verrückt zu sein, aber er war nicht so verrückt, dass seine Gerissenheit darunter litt. Wir waren 77 Mann in der Manege und eine Meute von zwölf uniformierten Revolverträgern umkläffte uns. Einige mochten zwanzig und mehr Jahre diesen Kläfferdienst ausüben, denn ihre Münder waren im Laufe der Jahre bei vielen tausend Patienten eher schnauzenähnlich geworden. Aber diese Angleichung an das Tierreich hatte nichts von ihrer Einbildung genommen. Man hätte jeden einzelnen von ihnen, so wie er war, als Standbild benutzen können mit der Aufschrift »L'État, c'est moi«. Ja, und der Theologe, später erfuhr ich, dass er eigentlich Schlosser war und bei Arbeiten an einer Kirche verunglückt war, Gott nahm sich seine an, war so verrückt oder gerissen, dass er ihre Würde vollkommen respektierte. Was sag ich? Respektierte. Er pustete die Würde der blauen Uniform auf zu einem Luftballon von ungeahnten Dimensionen, von denen die Träger selbst bislang keine Ahnung hatten. Wenn sie auch über seine Blödheit lachen mussten, ganz heimlich blähte doch ein gewisser Stolz ihre Bäuche, dass sich die Lederkoppel spannten. Immer wenn der Theologe einen der Wachthunde passierte, die breitbeinig stehend ihre Macht zum Ausdruck brachten und, so oft es ging, bissig auf uns losfuhren, jedes Mal machte er eine durchaus ehrlich wirkende Verbeugung und sagte, so innig höflich und gut gemeint, gesegnetes Fest, Herr Wachtmeister, dass kein Gott ihm hätte zürnen können, viel weniger die eitlen Luftballons in Uniform. Und dabei legte er seine Verbeugung so bescheiden an, dass es immer aussah, als wiche er einer Ohrfeige aus. Und nun hatte der Teufel diesen Komiker-Theologen zu meinem Vordermann gemacht. Und seine Verrücktheit streite so stark aus und nahm mich in Anspruch, dass ich meine neue kleine Geliebte, meine Hundeblume, beinahe vergaß. Ich konnte ihr kaum einen zärtlichen Blick zu werfen, denn ich musste einen irrsinnigen Kampf mit meinen Nerven austragen, der mir den Angstschweiß aus allen Löchern einjagte. Jedes Mal, wenn der Theologe seine Verbeugung machte und sein gesegnetes Fest Herr Wachtmeister wie Honig von der Zunge tropfen ließ, jedes Mal musste ich alle Muskeln anspannen, es ihm nicht nachzutun. Die Versuchung war so stark, dass ich mehrere Male den Staatsdenkmälern schon freundlich zunickte und es erst in der letzten Sekunde fertig brachte, keine Verbeugung zu machen und stumm zu bleiben. Wir kreisten täglich etwa eine halbe Stunde im Hof, das waren täglich 20 Runden und zwölf Uniformen umstanden unseren Kreis. Der Theologe machte also auf jeden Fall 240 Verbeugungen pro Tag und 240 Mal musste ich alle Konzentrationen aufbieten, nicht verrückt zu werden. Ich wusste, wenn ich das drei Tage gemacht hätte, würde ich mildernde Umstände bekommen, dem war ich nicht gewachsen. Ich kam völlig erschöpft in meine Zelle zurück. Die ganze Nacht aber ging ich im Traum eine unendliche Reihe blauer Uniformen entlang, die alle wie Bismarck aussahen. Die ganze Nacht bot ich diesen Millionen blassblauer Bismarcks mit tiefem Bückling ein gesegnetes Fest, Herr Wachtmeister. Am nächsten Tag wusste ich es so einzurichten, dass die Reihe an mir vorbeiging und ich einen anderen Vordermann bekam. Ich verlor meinen Pantoffel, fischte ihn ganz umständlich und humpelte in den Lattenzaun zurück. Gott sei Dank. Vor mir ging die Sonne auf. Vielmehr, sie verdunkelte sich. Mein neuer Vordermann war so unverschämt lang, dass meine 1,80 Meter glatt in seinem Schatten verschwanden. Es gab also doch eine Vorsehung. Man musste ihr nur mit dem Pantoffel nachhelfen. Seine unmenschlich langen Gliedmaßen ruderten sinnlos durcheinander und das Originelle war, er kam dabei sogar vorwärts, obgleich er sicher keinerlei Übersicht über Beine und Arme hatte. Ich liebte ihn beinahe. Ja, ich betete, er möchte nicht plötzlich tot umsinken wie die Perücke oder verrückt werden und anfangen, feige Verbeugungen zu machen. Ich betete für sein langes Leben und seine geistige Gesundheit. Ich fühlte mich in seinem Schatten so geborgen, dass meine Blicke länger als sonst die kleine Hundeblume umfingen, ohne dass ich Angst zu haben brauchte, mich zu verraten. Ich verzieh diesem himmlischen Vordermann sogar sein abscheulich nähsendes Organ. Ja, ich verkniff mir großzügig ihm allerlei Spitznamen wie Oboe, Krake oder Gottesanbeterin zu verleihen. Ich sah nur noch meine Blume und ließ meinen Vordermann so lang und so blöde sein, wie er es wollte. Der Tag war wie alle anderen. Er unterschied sich nur dadurch von ihnen, dass der Häftling aus der Zelle 432 zum Ende der halben Stunde einen rasenden Pulsschlag bekam und seine Augen den Ausdruck von kaschierter Harmlosigkeit und schlecht verdeckter Unsicherheit annahm. Wir bogen in die vorletzte Runde ein. Wieder wurden die Schlüsselbunde lebendig und der Lattenzaun döste durch die sparsamen Sonnenstrahlen wie hinter ewigen Gittern. Aber was war das? Eine Latte döste ja gar nicht. Sie war hellwach und wechselte vor Aufregung alle paar Meter die Gangart. Merkte das denn kein Mensch? Nein. Und plötzlich bückte sich die Latte 432, fummelte an ihrem runtergerutschten Strumpf herum und fuhr dazwischen blitzschnell mit der einen Hand auf eine erschrockene kleine Blume zu, riss sie ab und schon klöppelten wieder 77 Latten in gewohnten Schlendrian in die letzte Runde. Was ist so komisch? Ein blasierter, reuiger Jüngling aus dem Zeitalter der Grammophonplatten und Raumforschung steht in der Gefängniszelle 432 unter dem hochgemauerten Fenster und hält mit seinem vereinsamten Händen eine kleine gelbe Blume in den schmalen Lichtstrahl. Eine ganz gewöhnliche Hundeblume. Und dann hebt dieser Mensch, der gewohnt war, Pulver, Parfüm und Benzin, Gin und Lippenstift zu riechen, die Hundeblume an seine hungrige Nase, die schon monatelang nur das Holz der Pritsche, Staub und Angstschweiß gerochen hat, und er saugt so gierig aus der kleinen gelben Scheibe ihr Wesen in sich hinein, dass er nur so aus Nase besteht. Und da öffnet sich in ihm etwas, und er gießt sich wie Licht in den engen Raum, etwas, von dem er bisher nie etwas gewusst hatte. Eine füllte ihn zu der Blume und füllte ihn ganz aus. Er ertrug den Raum nicht mehr und schloss die Augen und staunte. Aber du riechst ja, nach Erde, nach Sonne, Meer und Honig, liebes lebendiges Du. Er empfand ihre keusche kühle wie die Stimme seines Vaters, den er nie sonderlich beachtet hatte, und der nun so viel Trost war mit seiner Stille. Er empfand sie wie die helle Schulter einer dunklen Frau und er gab ihr einen Namen. Aline, sagte er. Und dann trug er sie behutsam wie eine Geliebte zu seinem Wasserbecher, stellte das erschöpfte kleine Wesen da rein, und dann brauchte er mehrere Minuten, so langsam setzte er sich Angesicht in Angesicht mit seiner Blume. Er war so gelöst und glücklich, dass er den Hunger nach Liebe, die Hilflosigkeit seiner 22 Jahre, die Gegenwart und die Zukunft, die Welt und das Christentum, ja, auch das. Er war ein brauner Balinese, ein Wilder eines wilden Volkes, der das Meer und den Blitz und den Baum fürchtete und anbetete, der Kokosnuss, Kabeljau und Kolibri verehrte, bestaunte, fraß und nicht begriff. Ja, er war so glücklich wie war er so bereit zum Guten gewesen, als er der Blume zuflüsterte, werden wie du. Die ganze Nacht umspannten seine glücklichen Hände das vertraute Blech seines Trinkbechers und er fühlte im Schlaf, wie sie Erde auf ihn häuften, dunkle, gute Erde und wie er sich der Erde angewöhnte und wurde wie sie und wie aus ihm Blumen brachen, Anemone, Ackelei und Löwenzahn. Winzige, unscheinbare Sonnen. Vorlesernet Klassiker der Literatur Klassiker der Nieder Klassiker der Nieder